Möchtest du mit den Dingen, die bei dir zu Hause herumliegen, etwas dazu verdienen? Mit Share Happy Stuff kannst du unkompliziert mit Leuten in Kontakt treten, die dafür zahlen, deine nicht genutzten Gegenstände zu mieten. Oder willst du anstatt teure neue Produkte zu kaufen, Dinge kurzzeitig mieten und Geld sparen? Share Happy Stuff hilft dir, nachhaltig zu handeln und schont Ressourcen auf der ganzen Erde. Lade dir jetzt die Share Happy Stuff App runter und verändere die Welt.